Die Welt ist voller Podcasts. Entsprechend wird es auch immer schwerer, sich in der Fülle dieses Angebots zurechtzufinden. Um die Relevanz für Spotify zu steigern und die Position als Nummer 1 Podcast-Plattform in Deutschland auszubauen, galt es diesen Zielgruppen nie zu dekodieren. Mit klarem Ergebnis. Podcasts sind kein One-Night-Stand, sondern die große Liebe. Was zählt, ist den einen zu finden, mit dem man immer wieder Zeit verbringen will. Aber das ist bei dem riesigen Angebot leichter gesagt als getan. Um allen Podcast-Lovern zu helfen, ihr Perfect Podcast Match zu finden, haben wir darum eine der dynamischsten und damit individuellsten Kampagnen aller Zeiten aufgesetzt. Auf Basis von First- und Third-Party-Daten zum Thema Verhalten, Genreinteresse und Situation wurde der passende Podcast für die jeweilige Person im entsprechenden Moment identifiziert. Promoted wurden diese Perfect Podcast Matches dynamisch über Audio, Display, Social und Digital Out of Home. Das heißt, unterschiedlichste Menschen wurden in verschiedenen Momenten mit passenden Kreativ-Assets individuell angesprochen. Mit durchschlagendem Erfolg. Die Benchmarks früherer Kampagnen wurden pulverisiert. Sowohl mediaseitig als auch produktseitig. Spotify Podcasts und Dynamic Creation. Mehr Perfect Match geht nicht.